Das Besondere an der Anlage ist zunächst erstmal überhaupt die Größe, das Volumen. Allein schon vom Auftragsvolumen her ist das eines der größten Projekte, was wir jemals realisiert haben. Und dieses System hat es so auf der Welt noch nicht gegeben, ist also sehr einzigartig. Und unser Kunde Böklung, da verspricht sich davon auch einen enormen Wettbewerbsvorteil im Markt. Also die Anlage wird sicherlich das können, was wir aus den Batch-Anlagen kennen. Das Tolle an dieser Anlage wird sein, dass wir hier 100 Tonnen Leistung pro Tag haben werden. Und dass wir diese Anlage vollautomatisch beschicken und entladen können. Das Außergewöhnliche ist, dass es hier keine Rauchwagen gibt, die von Menschen transportiert werden müssen. Hier sind Fördersysteme, die vollautomatisch die Beladung übernehmen. Und wie gesagt auch selbstverständlich die Entladung. Und die genannte Leistung von 100 Tonnen pro Tag werden von zwei Mitarbeitern durchgeführt. Wobei eigentlich nur einer notwendig ist, um den Leitstand zu beobachten. Und der zweite Mann aus Sicherheitsgründen, wir haben es hier mit Raucherzeugung zu tun, eben immer mit an Bord sein wird. Normalerweise stand hier eine Durchlaufanlage, die praktisch wie eine Art Kreiskettenförderung zu sehen ist. Es wird beladen, es wird durchgefahren, thermisch durchbehandelt und dann hinterher entladen. Und wenn irgendwann in diesem Prozess ein Fehler auftrat, dann muss der behoben werden. Dadurch stand die ganze Anlage. Und das ist bei herkömmlichen, kontinuierlichen Anlagensystemen, die es weltweit auch von unserem Wettbewerb gibt, eigentlich genau das gleiche. Und hier haben wir etwas Einzigartiges. Hier vermischen wir kontinuierlichen Betrieb der Anlagen mit einem halbkontinuierlichen Prinzip, mit einem Batchanlagenbetrieb. Dadurch führen wir hier kontinuierlich Ware den Anlagen zu. Alle 50 Sekunden kommt ein Wagen aus der Beladung, wird dann in einzelnen Kammern verfahren, wird für sich separat, thermisch behandelt und danach wieder in den kontinuierlichen Eingriff des Fördersystems verbracht. Das ganze Projekt wird insgesamt ein Jahr dauern, bis es vollständig abgeschlossen ist. Und das erfordert eine enorme Kapazität bei uns im Hause, sodass wir da besondere Energien freisetzen müssen. Wir haben einen Projektleiter dafür eingesetzt, der sich tagtäglich darum kümmert, der mehrmals die Woche auf der Baustelle ist und sowohl das Timing als auch die Kosten im Griff hat. Und da hat er stark zu tun und wir sind auch auf einem sehr guten Wege. Im Moment ist es so, dass sich viele Gewerke tatsächlich ineinander verzahnen. Die Terminschiene ist sehr eng, aber im Moment sehr gut und wir sind absolut in Zeit lang. Das erste Produkt, das wir hier gefahren werden, Anfang Mai, circa ein Jahr, nachdem es zu diesem großen Bandschein gekommen ist. Es gibt viele Formen der Automatisierung, aber dieses hier in der Form hat noch keiner realisiert. Der große Vorteil ist, hohe Automatisierung auf kleinstem Raum bei höchster Flexibilität. Man kann also verschiedene Produkte fahren mit diesem System und es liegt auf ein Produkt festgelegt. Femag ist über Generation die Nummer 1 in unserem Hause und von da an liegt es nahe, dass wir auch neue Projekte gemeinsam machen. Wir haben gar keine andere Technik als Femag hier im Hause. Gut vor einem halben Jahr war hier noch die Brandstelle und heute haben wir eine perfekt funktionierende Heißrauchanlage. Das waren natürlich spannende Monate, zu sehen, wie sich das alles hier entwickelt. Und das war eigentlich auch eine gute Zeit, weil alles nach Plan gelaufen ist, alles gepasst hat. Nicht nur die Anlage, auch die Statik des Gebäudes. Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir an gleicher Stelle diese Technik aufgebaut haben, wie wir sie heute haben. Und ich glaube, dass das, was wir neu gemacht haben, so gut ist, dass wir der runtergegangenen Technik nicht nachdrauben. Also wir mussten natürlich in erster Linie wieder die Leistung erreichen, die wir auch mit der alten Anlage erreicht haben. Und wir wollten natürlich auch einen Schritt in Qualität uns verbessern. Also wir sind sicherlich stolz darauf, dass wir Technologien miteinander verbunden haben, die wir bereits alle schon gelernt und gekannt haben. Und von daher eigentlich kein Ingenieursrisiko eingegangen sind. Und das hat sich jetzt auch so gezeigt. Das heißt, wir sind schon mit dem Start der Anlage relativ schnell auf die gewünschte Leistung gekommen. Und haben auch die gewünschte Qualität erreicht. Ich glaube, das ist eine sehr moderne Anlage. Auch was der Verbrauch von Energie bedeutet. Und trotzdem ist sie konservativ und zuverlässig. Gut, ja, sicherlich. Sie leistet sehr viel. Man hat in 50 Sekunden immer eine Gondel intakt. Je nachdem, was für Würste auf diesen Gondeln hängen, wiegen die von 90 bis 120 Kilo. Das ist schon eine sehr beachtliche Leistung. Aber die Anlage beschickt sich automatisch. Sie entleert sich automatisch. Die Prozesse sind so gesteuert, dass hier ein Mann diese Anlage fahren kann. Und das ist schon, glaube ich, eine sehr, sehr gute Performance, die wir hier aufgebaut haben. Ich bin mit der Anlage sehr zufrieden. Sie läuft mechanisch hundertprozentig. Man sieht die Wertarbeit. Wir haben selbstverständlich im Moment noch eine Entwicklung, um die letzten Möglichkeiten, was die Qualität betrifft, aus der Anlage herauszuholen. Aber wir zweifeln überhaupt nicht, dass wir das schaffen werden in absehbarer Zeit. Ja, sicherlich ist das Hightech. Es ist aber auch in Verbindung mit gelernten Technologien, die wir mit Fehmark zusammen entwickelt haben. Große Teile der Anlage sind ja aus einem Standardprogramm von Fehmark. Andere Teile der Anlage sind aus anderen Standardprogrammen, aus Unternehmen, die sich für die Fördertechnik insbesondere verdient gemacht haben. Und diese Techniken zusammen mit uns, mit den Anwendern, zu einer kompletten Anlage zusammenzufügen, das war, glaube ich, die besondere Leistung. Und das führt uns auch dahin, dass die Wünsche, die wir als Anwender dieser Anlage zu 100 Prozent haben, erfüllt bekommen von der Firma Fehmark. Das war, wenn Sie so möchten, ein Gemeinschaftsprojekt. Da sicherlich sind wir irgendwie darüber, aber es geht ja weiter. So eine Anlage hat ja eine Lebensdauer vielleicht von 30 Jahren und mehr. Und da werde ich schon längst nicht mehr mitmischen. Da wird hier auf dieser Anlage noch weiter Wurst produziert. Und insofern ist es natürlich schon wichtig, dass man etwas Solides hat, aber auch etwas, was von der Modernität in die Zukunft reicht. Das war, wenn Sie so möchten,